ja hallo ich bin es wieder der Tamping mit einem weiteren video von Fishing Planet und zwar gehe ich auf Königslachs bei Wolke abends von 19 bis 21 uhr die meisten Fänger hatte ich aber ab 20 uhr und da gehe ich jetzt hier auf die letzte Insel schalte bekannte Spot und werde dann immer so in diese Region hier ich werde jetzt mal den Tag vorspulen machen wir mal 20 uhr ok eine Stunde müsste reichen ja wie man sehen kann im Chat hat schon einiges gefangen immer so an die 40 Meter wieder auswerfen besondere Technik habe ich nicht ich switche immer so ein bisschen medium spoon 56 Gramm den roten geht hervorragend ja und wenn was beißt ja dann sehen wir uns wieder ja Ahem. Komm schon. Komm schon. 30,652. Nicht schlecht. Ja. Screenshot. Geht nicht so. Ja, das war's dann auch schon von mir. Kurz und knackig wieder. Bis zum nächsten Video. Tschaui. Tschaui. Tschaui.